Am Mittwochnachmittag wurde im Landtag die März-Plenarsitzung mit der Zeit der Opposition fortgesetzt. Bis Donnerstagmittag wurden Anträge der Opposition behandelt. Dabei wurde ein Beschlussantrag von Team K. und anderen zur unbedingten Notwendigkeit eines Frauenhauses in Bozen einstimmig angenommen. Zustimmung fanden auch einen Antrag der Grünen, mit dem dafür gesorgt werden soll, dass die Verbindung zwischen Klimabürgerrat und Landtag enger wird, sowie einer von freier Fraktion und anderen, der sich mit Maßnahmen gegen die Altersarmut in Südtirol befasst. Ein Beschlussantrag von Grünen und anderen bezüglich emotionaler und sexueller Bildung wurde ebenfalls angenommen. Vom Plenum abgelehnt wurden dagegen ein Beschlussantrag der Südtiroler Freiheit und anderen, mit dem Kritik an der italienischen Transitklage gegen Österreich geübt wird, sowie zwei Anträge des Team K., einer zur Sicherstellung der zahnmedizinischen Grundversorgung, einer zur Einrichtung ständiger Verhandlungstische für Kollektivvertragsverhandlungen für die öffentliche Hand. Keine Zustimmung fand auch ein Begehrensantrag der Südtiroler Freiheit zur Amnestie für die Südtiroler Freiheitskämpfer. Vom 19. bis 21. März trifft sich der Landtag erneut, dann wird er sich mit Vorschlägen der Mehrheit befassen.